hallo und herzlich willkommen auf evo2k tv und herzlich willkommen zu diesem informationsvideo zu dem was wir heute an news von 2k erhalten haben ja ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben wir bekommen im herbst ein neues spiel von 2k und das ganze ist eher ein arkade spiel das ist das was der leaker justin leaper schon uns mitgeteilt hat denn er war der erste der gesagt hat es wird in diesem jahr kein neues ww2k 21 geben dafür wird aber ein neues arkade game kommen da hat er auch gesagt man kann ihm das ganze jetzt glauben man muss es immer nicht glauben aber bevor er jetzt verflucht wird und am ende dann diese leute ankommen sagen hey der hat ja doch recht deswegen dann lieber alle mal ein bisschen so die füße still haben bevor irgendwelche menschen vorher beurteilt werden denn solche wichtigen informationen wird sicherlich keiner raushauen ohne irgendwelche gespräche geführt haben ohne irgendwelche connections zu haben eben diese ganze thematik ja und so ist es heute gekommen 2k hat um 17 uhr oder 16 uhr 16 uhr deutscher zeit haben sie informationen zum neuen wwe spiel rausgehauen was uns im herbst erwarten wird das ganze heißt wwe 2k battleground so und bevor wir zu diesem trailer kommen den wir so ein bisschen analysieren werden hier in diesem video werden uns erstmal anschauen was 2k uns noch so an worten zukommen lassen hat denn die haben nämlich einen längeren text geschrieben und ja das werden wir uns mal angucken ein bisschen schauen was da so wichtiges drin steht so dann werden wir jetzt hier auf der seite wo wir das statement von 2k zu sehen bekommen hier steht es eben drin dass battlegrounds ja in diesem jahr quasi herauskommen wird der erste part ist eigentlich nur darin wo geschrieben wird dass 2k oder alle von 2k hoffen dass es uns in unseren familien gut geht und wo kommen wir denn zu dem interessanten part so auf jeden fall hier dass wir mit einer überraschung beginnen wir haben zwei worte zwei worte für uns neues spiel und ja sie geben quasi bekannt dass das neue spiel wwe 2k battlegrounds erscheinen wird und dass das ganze spiel eben im arkades stil sein wird und ich persönlich muss sagen ich war am anfang echt sehr skeptisch habe mir als erstes gesagt hey what nein möchte ich nicht dann ging mir aber so irgendwann dieser gedanke durch den kopf nach ein paar stunden wo ich mir gesagt habe hey eigentlich ist es doch gar nicht so uncool gerade wenn man das spiel mit freunden zocken will online kann ich mir echt vorstellen dass das eine menge spaß machen wird weil das nämlich so dinge die wir jetzt in wwe 2k 20 selten haben die server sind da so schlecht es kommt so oft vor dass man mit kumpels in einer lobby spielt und jeder landet dann auf einmal einer eigenen lobby also alle fliegen quasi aus der lobby raus ohne dass man es mitbekommt erst wenn sich dann die verschiedenen wrestler eigenartig behalten ja und ich denke mal so ein schönes spiel im arkade style was man absolut nicht ernst nimmt könnte dann doch dafür sorgen dass wir mit freunden echt eine menge spaß haben können dann noch was man auch sagen muss das spiel wird vorab jetzt schon verurteilt ich gebe es zu ich war am anfang auch nicht begeistert aber hier wird schon ein spiel zerrissen größtenteils wenn man sich die twitter oder die tweets auf twitter durchliest wo man sich denken muss ey wir haben jetzt nur einen ganz ganz kurzen trailer gesehen ihr zerreißt dieses spiel schon ohne überhaupt mal wirklich gesehen zu haben über längeren zeitraum was da wirklich sache ist was da so passiert nicht finde einfach dass es wieder so typisch deutsches verhalten wo ich eigentlich überhaupt nicht darauf klarkommen ich habe manchmal echt das gefühl ich bin irgendwie weiß ich nicht ich komme nicht aus diesem land also ich distanziere mich einfach von solchen verhalten ich mag sowas einfach nicht immer dieses typische mecker gesellschaften sowas absolut nicht mein ding natürlich andere länder machen das auch aber ich ich interessiere mich jetzt eben für das was bei mir passiert mir ist das egal was irgendeiner jetzt aus england schreibt oder sowas und deswegen versuche ich ja ich bin ein deutscher wwe youtuber deutscher wrestling spiele youtuber mittlerweile wollte ich nie werden mittlerweile bin ich leider und ich möchte natürlich meinen kanal repräsentieren ich denke schon dass so ein spiel für ordentlich cooles gameplay sorgen wird das ding ist jetzt einfach was mich persönlich ein bisschen abschreckt weil es irgendwie abschrecken auch das falsche wort ist es ist halt wieder nur ein reines ps4 game xbox one games wird halt nicht für die neuen konsolen rauskommen ja da ist dann jetzt natürlich auch irgendwann möglich dass die neuen konsolen abwärts kompatibel sein werden weil ich hätte es natürlich schöner gefunden wenn dann so ein spiel auch schon für die neuen konsolen rausgekommen wäre aber gut das auf jeden fall mal meine meinung dazu werden uns gleich den trailer noch ein bisschen anschauen wir werden da mal ein bisschen pausieren gucken auf so ein paar details ich denke mal da ist dann auch mal interessant zu sehen wie sieht so das publikum aus und was sehen wir sonst noch so an details die vorher vielleicht noch keiner gesehen hat auf jeden fall ja ich gucke gerade mal ob hier noch irgendwas wichtiges drin steht zu dem spiel also es ist auf jeden fall von den entwicklern beziehungsweise das studio was auch nba 2k playgrounds gemacht hat das ist auch so ein arcade basketball spiel und ja die arbeiten dann eben an diesem wwe 2k ja arcade game an dem battlegrounds auf jeden fall was dann noch interessante informationen sind beziehungsweise ja informationen die ich persönlich etwas vermisst habe ich hätte mir schon gewünscht dass die jetzt sagen okay wwe 2k 20 unser simulations game es kommt dieses jahr kein neues simulations game raus dafür werden wir aber auf jeden fall 2k 20 weiter supporten das einzige was jetzt eben drin steht ist ja dass wir uns jetzt über wwe 2k 20 sprechen und dass sie eben ja auch das feedback der community hören und das auch weiterhin machen werden und seit dem launch also seit dem release sind eben fünf updates erschienen vom spiel also fünf patches mit mehreren hunderten fehlern die behoben wurden und ja dann natürlich noch der release von den original dlcs die wir hatten und ja was haben wir noch so schönes das ist der entscheidende punkt hier dass sie dieses jahr darauf hören werden also normalerweise immer so am 31 mai werden eigentlich immer die server von 2k vom vorgängerteil abgeschaltet das heißt also eigentlich wäre es dann jetzt so am 31 mai gewesen dass die 2k 19 server abgeschaltet werden aber weil die community mit 2k 20 so unzufrieden ist haben sie jetzt gesagt okay wir werden auf euch hören wir werden die 2k 19 server weiter laufen lassen und das ist vielleicht für viele ein interessanter und schöner punkt ich persönlich muss sagen ich werde nicht mehr auf 2k 19 zurückgreifen ich werde es nicht mehr ausgraben ich werde es nicht mehr installieren weil ich irgendwie doch die hoffnung habe dass sie vielleicht noch ein paar patches raushauen wir 2k 20 dann noch mal ein bisschen spielbarer bekommen weil da muss ich wirklich sagen wir haben uns jetzt die tage bei mir im stream mal ein paar highlights angeschaut und eben diese highlights mit dingen die wirklich in wwe spiel passiert ist das ging schon seit 2k 18 so es wird immer wieder gesprochen wie schlecht 2k 20 nur ist aber wenn man wirklich mal gesehen hat wie verglitscht 2k 18 gewesen ich verglitsch 2k 19 gewesen ist man wirklich sagen diese spiele waren auch nicht die absoluten top games die profitieren jetzt eigentlich nur davon weil es eben noch diverse fehler gibt wie diese ganzen bluescreens die wir immer bekommen oder dass die online lobbies teilweise so schlecht sind dass die community creations nicht richtig funktionieren davon profitiert jetzt eigentlich nur 2k 19 mal einen guten ruf hat dieses spiel auch nie gehabt ich erinnere nur einige daran die jetzt momentan bei mir in der community 2k 19 so in den himmel loben dass das genau die leute sind die mir ein viertel jahr bevor 2k 20 erschienen ist 2k 19 so verflucht haben und geschrieben haben ja wird zeit als nchel nachfolger kommt und jetzt soll auf einmal 2k 19 wieder hier das spiel sein was hier auf einmal wieder für spielfreude sorgt nein danke also definitiv nicht ich werde dann doch bei 2k 20 bleiben die frage ist jetzt natürlich ähm da ich ja immer so lange wwe 2k 18 19 auf meinem kanal gebracht habe 2k 17 mit 2k 17 hat ja alles angefangen habe ich immer so lange auf meinem kanal gebracht bis der nachfolger erschienen ist jetzt muss man natürlich sagen der nachfolger ist ein arcade game es wird kein simulationsspiel kommen und ich kann euch wirklich nicht sagen wie lange ich euch noch wwe 2k content auf meinem kanal bringen werde von wwe 2k 20 es kommt ein bisschen darauf an wie so euer interesse ist also ich habe ja diese statistiken die aufrufe sind mir egal ich sehe nämlich einfach bei vielen aufrufen äh das sind welche die nur meinen oh guck mal ich klicke jetzt einfach mal drauf da hat evo einen aufruf das tut ihm gut das ist absoluter bullshit also von aufrufen kann man sich gar nichts kaufen ähm mir kommt es da eher auf einen statistischen wert an und diesen statistischen wert werde ich euch nicht verraten deswegen das bleibt so mein geheimnis und wenn dieser statistische wert dann quasi erreicht ist wenn wir da runter sind dann ist mit 2k 20 schluss auf meinem kanal ihr wisst ich habe mir mittlerweile pc geholt ich bin mal steam durchgegangen es gibt so viele spiele wo ich wirklich bock drauf habe dann habe ich momentan noch das gta rp ähm wo ich auch eine menge zeit reinstecke was mir sehr viel spaß auf twitch macht äh dass ich momentan einfach sage ich bin nicht mehr abhängig von wwe also ich habe jetzt so viele möglichkeiten zu machen und äh deswegen mal gucken wie lang es noch wwe 2k 20 content auf meinem kanal gibt das liegt so ein bisschen dann in eurer hand an eurem interesse und ja nur damit das dann auch nochmal angesprochen und thematisiert wurde auf jeden fall wird diese aktuelle e-würst staffel auf jeden fall zu ende gehen das kann ich euch garantieren aber ob es dann eine vierte staffel gibt wie gesagt das liegt in eurem interesse dann würde ich sagen wir gucken uns dann jetzt mal ein bisschen den trailer an und schauen mal so drauf was wir hier so vielleicht an details zu sehen bekommen so beginnen tut das ganze hier mit the rock der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht für ein arcade game man sieht jetzt nicht unbedingt schlechter aus als die 2k 20 version so da sehen wir zum beispiel so ein special move dass man hier leute auf jeden fall oder die wrestler in ein krokodil reinschmeißen kann finde ich so gesehen eigentlich ganz lustig so dann das ist hier es wird wahrscheinlich charlotte sein ich deute es einfach mal hier an dem leberfleck der passt auf jeden fall zu charlotte also scheint ein älteres charlotte modell zu sein könnte auch candice laray sein aber ich tippe einfach mal wegen dem oberteil wegen dem overteil auf charlotte publikum hat so ein bisschen was irgendwie von nintendo finde ich aber finde ich jetzt persönlich nicht schlimm weil wie gesagt es ist ein arcade game so ja hier lassen wir einfach mal ein bisschen gameplay laufen so und das ist jetzt zum beispiel sowas diese effekte hier mit dem feuer wer meinen kanal schon ein bisschen verfolgt der weiß ich halte nichts von diesen ganzen paybacks in wwe2k 19 2k 20 wie wir sagten wenn das hier in so einem spiel passiert finde ich das absolut ok und legitim aber ich glaube in einem simulations game so hier haben wir wieder sina und ähm ähm ja the rock und da sehen wir es mal battlegrounds erscheint hier im herbst 2020 und ist auch die internetseite www2kbattlegrounds.com und ja das war eigentlich schon alles das war hier kommt immer eine kleine sequenz das war eigentlich schon alles was wir hier zu diesem spiel ähm zu sehen bekommen haben das ist quasi der trailer woran viele jetzt festmachen dass dieses spiel der absolute müll wird und wie gesagt ich war am anfang auch skeptisch aber wenn man sich das doch mal öfters angucken wirklich so den gedanken bekommt hey das kann man cool mit kumpels spielen dann habe ich echt bock da drauf dann habe ich wirklich lust auf dieses game und freue mich darauf mit meiner community das game zocken zu können auch wenn die ps5 rauskommt allerdings muss man nicht sagen das ist jetzt eine preisfrage ich weiß jetzt nicht was nba 2k playgrounds oder wie es heißt gekostet hat beim release aber ich kann mir nicht vorstellen dass dieses spiel so ein vollpreistitel wird der hier so 70 oder 60 euro kosten wird also ich denke mal das wird so ein 30 40 euro spiel und da persönlich gut bei mir ist jetzt immer eine andere sache ich kann das steuerlich noch absetzen aber da ist auf jeden fall das ding das wäre ich auch quasi als privatperson dann bereit zu zahlen weil wenn man einfach das ganze ich bin jemand ich rechne das so ich rechne immer in kino so wenn ich ins kino gehe zahle ich für den film zahle ich für popcorn zahle ich fürs getränk zahle ich fürs parken bin ich mal an einem tag hier 25 bis 30 euro los so und guck mir einen film an der geht drei stunden so wenn ich dann jetzt also die zeit rechne diesen spaß den ich in diesem spiel haben konnte finde ich diese 30 bis 40 euro dann quasi absolut gerechtfertigt überlegt mal ich bin beim kinobesuch 25 bis 30 euro los weil ja mittlerweile alles in 3d kommt ähm jetzt wird sich ja einige sagen oh bei dir ist das kino aber teuer jo ist halt so ich mach die preise nicht ähm aber es ist einfach ein fakt wenn ich das dann hiermit vergleiche so ein 30 bis 40 euro spiel finde ich es dann absolut gerechtfertigt da sollte man dann nicht immer so direkt am durchdrehen sein ja leute das wärs dann so ein bisschen mit meiner kleinen analyse zu wwe 2k playground und äh was ich persönlich von dem spiel halte was man jetzt zumindest so ein bisschen dazu sagen konnte ich hab ja gesagt so viel material haben wir jetzt nicht gesehen aber ich finde auf jeden fall der hate der derzeit abgeht finde ich komplett überzogen und äh natürlich ist jetzt dieses arkade spiel nicht das was viele erwartet haben aber es stand ja auch noch in dem text das habe ich jetzt nicht vorgelesen stand ja noch drin dass dieses jahr kein spiel kommt dafür aber den übernächsten jahr visual concepts damit quasi zeit hat jetzt ein jahr länger um richtig gutes wrestling spiel zu entwickeln und dann kommt vielleicht dann auch so dieser part was ich ja in meinem einem video vorgeschlagen habe mit wwe 2k revolution wo ich mein konzept vorgestellt habe wie man in zukunft wrestling spieler aufziehen könnte vielleicht wird es ja irgendwann so dass die jetzt sagen okay wir bringen nur noch dieses eine spiel raus ihr könnt euch gerne mal dieses video anschauen denke für den einen oder anderen ist das ein uninteressant mich hat auf jeden fall auch das feedback zu dem video gefreut was da kam also viele teilen auch meine meinung finde ich ganz schön und ja in diesem sinne bedanke ich mich jetzt bei euch dafür dass ihr reingeschaut habt schreibt mir doch gerne mal in die kommentare rein was ihr von diesem neuen spiel haltet ob ihr euch das spiel kaufen würdet was ihr bereit wärt für dieses spiel zu bezahlen ich bin sehr sehr gespannt und ja in diesem sinne bitte ich aber jetzt schon von der frage abzusehen hey kommt das dann regelmäßig bei dir auf dem youtube kanal kann ich persönlich noch nicht sagen wir müssen erstmal abwarten was bei diesem spiel noch so rauskommt weil wenn es jetzt ein reines arcade game ist bringt es ja nicht dass wir daraus so irgendwie so ein let's play machen oder so also wie gesagt müssen wir einfach mal ein bisschen die füße still halten in diesem sinne wünsche euch dann jetzt allen noch einen schönen abend einen schönen tag je nachdem wann ihr dieses video schaut bleibt gesund lasst euch gut gehen guckt in die video beschreiben rein dort findet ihr die ganzen links zu meinen social media accounts facebook twitter instagram link zu meinem twitch kanal lasst gerne mal ein like da lasst ein follow da würde mich sehr sehr freuen wie gesagt momentan sehr sehr viele streams auf twitch mit gta rp falls ihr lust drauf habt kommt gerne vorbei würde mich sehr sehr freuen wir können da natürlich auch ein bisschen über wwe quatschen in diesem sinne habt noch einen schönen tag lasst euch gut gehen bis zum nächsten video macht's gut und ciao